Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Ausgabe hier auf Andis Kino Blog und schön dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja die Katze ist gerade voll in action an dem Kratzbaum. Ja kommen wir zurück zum Thema. Ja ich habe ja vor einigen Tagen mein 2500 Abonnenten Spezial Video hochgeladen bzw meine Danksagung an euch aber heute habe ich eine kleine Bitte an euch. Da ihr ja wisst dass ich im Cosplay Bereich bzw Ghostbuster Bereich unterwegs bin und so richtig großer Fan bin und alles so sammle und natürlich auch eine eigene Gruppe habe und auf eine ja mehr oder weniger Ghostbusters Fan Gruppe auf Facebook wollte ich euch einfach mal bitten geht doch mal bitte in Facebook rein und geht oder sucht die Seite Ghostbusters Leerzeichen Rheinland minus Pfalz und gibt der Seite vielleicht mal ein Like. Ja ich habe 2500 Abonnenten Leute und ich glaube ganz stark daran dass ihr mir diese Likes auch verschaffen könnt denn ich möchte meine Gruppe einfach ein bisschen bekannter machen und größer machen und ja auf diesem Wege ist es am einfachsten ein Video zu drehen und euch natürlich darum zu bitten. Ich hoffe ihr macht das und es wäre echt mir eine Ehre dass ihr diese Seite einfach mal richtig durch Liked und ja in diesem Sinne verabschiede ich mich hier wieder von euch und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Haut rein! Euer Andi von Andis Kinderblog. Bis dann! Ciao!